Und sie landen nicht im Kauchtopf. Um Gottes Willen, nein. Die landen im Streichelzug. Die haben für ihr Leben jetzt ausgesorgt. Sehr fein. Wir sind jetzt hier Backstage bei der Fett Imperial. Wir sind auf der Suche nach den Schweinen. Mal sehen, ob wir sie finden werden. Der Boden ist schon mit Sägemehl bestreut. Also es kann vielleicht noch was werden. Mal schauen. Guten Tag, Herr Schwein. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sie hatten Ihren großen Auftritt. Wie war das für Sie? Ist es da drinnen nicht ein bisschen klein und eng? Ist das eure erste Fett Imperial? Hat es euch gefallen da draußen? Ich habe jetzt die Schweine gefunden. Sie hatten Ihre fünf Minuten rum. Jetzt müssen Sie wieder in den Käfig hinein. Frau Güttler hat uns zugesichert, Sie werden nicht im Kochtopf landen. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Bye! Ich wünsche Ihnen eine Frage. entrar mal ein? Säge? ... Fertig! Fertig!